Das Leben ist schön. Die Lage ist ernst. Eure Lügen fallen wie bunte Blätter im Herbst. Sei achtsam in den nächsten Tagen. Schau, wie das Wasser sich bedankt, nur die Wahrheit überlebt. Alles andere wird zu Wasserdampf. Wenn der Vollmond steigt, steig ich aus nass und kühl. Denn es ist an der Zeit, wenn auch vier Jahrhundert zu früh. Mein Name ist Rios, a.k.a. der Wassermann. Sprecht durch eure Herzen, weil es so nicht weitergehen kann. Kann mich noch erinnern, wie gestern alles schön war. Gestreift als kleiner Junge durch Deutschlands schöne Wälder. Nun leb ich auf der Rue, denn der Wald wurde mir genommen. Und alles, was mir blieb, sind Irrgärten aus Beton. Menschen wie gelähmt, 2000 Jahre lang nicht gelebt. Durch den Geist der Zerstörung abgekommen von ihrem Weg. Die Natur, einst nicht geschaffen zu zerstören, sind die Menschen quasi nicht mehr auf sie hören. Die Welt erlebt den Umbruch, den sie sich lange sehnte. Das einheitliche Leitbild war, was uns bisher fehlte. Deswegen bin ich hier, stell mich zur Kandidatur. Als der Überbringer der Werte unserer Natur. Die Welt erlebt den Umbruch, den sie sich lange sehnte. Das einheitliche Leitbild war, was uns bisher fehlte. Deswegen bin ich hier, stell mich zur Kandidatur. Als der Überbringer der Werte unserer Natur. Nichts kann sich verändern, wenn der Mensch selbst nicht anders wird. Erst braucht es Vertrauen, um zu glauben, wenn sich die Wahrheit zeigt. Wecken wir nun all die Generationen, die eingeschlafen sind aufgrund der Desinformationen. Deswegen bin ich hier, spiel den Trumpf der vierten Macht. Denn wenn die ersten drei versagen, kommt der Wassermann und macht sie nass. Die Gesellschaft, mit meinem Wasserkrug, gefüllt mit Informationen, die einst in jedem von euch Menschen ruhen. Die Welt erlebt den Umbruch, den sie sich lange sehnte. Das einheitliche Leitbild war, was uns bisher fehlte. Deswegen bin ich hier, stell mich zur Kandidatur. Als der Überbringer der Werte unserer Natur. Wichtige Werte raushauen, ohne auch nur einen dir zu nennen. Diese wahrhaftige Kunst gelangt in dein Herzen innen drin. Und der Aufwachprozess nimmt seinen Lauf, wie der Fluss, den ich hinterlass. Wenn ich durch dieses Land lauf. Wache Menschen strömen, entlang dieser Strömungen. Denn sie spüren das hinter den Worten und Formulierungen. Es geht um uns zu einen, mit jedem unseres Herzensschlagens. Goldene Gezeiten sind, was ich auf dem Rücken trage. Die Welt erlebt den Umbruch, den sie sich lange sehnte. Das einheitliche Leitbild war, was uns bisher fehlte. Deswegen bin ich hier, stell mich zur Kandidatur. Als der Überbringer der Werte unserer Natur. Die Welt der Werte unserer Natur. Die Welt ist auch eine Erklärung. Die Welt ist auch ein Erklärung. Die Welt hat eine Erklärung. Die Welt ist, dass wir uns aus der Überbringer der Werte unserer Natur. Vielen Dank.